Ich möchte Sie auch heute ganz herzlich hier begrüßen. Wir haben das Viertel vor vier rum. Wir sind ein bisschen zu spät, weil wir tatsächlich die größte Gruppe sind mit 45 jungen Sängerinnen und Sängern. Wir sind extra aus Brühl angereist vom Erzbischöflichen St. Ursula Gymnasium und freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sind die Ursula Singers. Das ist der Pop- und Jazz-Core des Gymnasiums. Und wir haben Ihnen fünf Stücke mitgebracht, einen bunten Wunsch raus, aus Pop und Jazz. Und freuen uns, dass wir jetzt für Sie Musik machen dürfen. Wir gucken mal, wie es vom Sound her klappt. Es war ein bisschen eine Tetris-Meisterleistung, diese jungen Menschen hier richtig zu platzieren. Ob es geklappt hat, wird sich jetzt gleich zeigen. Viel Spaß! Black or White, oh Black, Black, white. Black or white, oh Black, black, white. Black or White, oh Black, black, white. I took my baby on a Saturday-day ban. Black or white, oh Black, black, white. Was it good with you? Yeah, we're one and the same. Black or white, oh Black, black, white. Ich glaube, in mirakles, und mirakles haben wir heute gemacht. Black or white, black, black, white. Wenn ihr denkt, ob mein Baby, es geht nicht, ob ihr black or white. Black or white, black, black, white. Black or white, black, black, white. Ich habe mein Messe in der Sonne, ich hatte es zu sagen. Ich habe mein Messe in der Sonne, ich hatte es zu sagen. Ich habe mein Messe in der Sonne, 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 ich habe mein BLAQUITE Vielen Dank.